Ich glaub, die Leute sind oben, oder? Aber... Chat. Problem. Großes Problem. Hier ist Loot. Da draußen bist du nichts als ein leichtes Ziel. Sogar ich kann dich sehen. Takemura! Obwohl... Der sieht uns ja grad nicht. Okay, hab gelootet. Jetzt kommen wir in den Keller. So. Ähm, bin im Tunnel. Scheiß eng hier. Und der Gestank ist richtig übel. Welche Luft bekommst du, sobald du bei den Lagerhäusern bist? Leise Chat. Warum sind hier so Blockaden aufgebaut? Müssen wir doch bestimmt gleich kämpfen, oder? Auch? Ach. Alright. Mal. 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 Bin ich ja wieder draußen. Warum kommt einer hierher gelaufen? Weil die Tür offen ist. Oh! 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 Ja, wo ist der hingeflutscht? Ja, was ist das für ein Emoot, Julia? Ja, klunk. Wo schießen die jetzt eigentlich gerade auf mich? Wir liegen es um die Ecke. Ja, die hat was? Spricht dich aus? Das Ding ist, hier um die Ecke rechts sind halt welche. Im Gebäude. Aber hier draußen ist noch einer da, dahinter. Aber dahin schießt jemand? Wieso zeigt er sich denn da nicht mehr? Willst du mich manipulieren, Julia? Dahin sind auch welche. Guck mal, du kannst dich mal kurz mit deinem Kollegen anstecken. Wieso kommt denn der, schieß ich halt da durch? Ich brauch kein Problem mit. So. Hallo? Wo bist du? Jaaaa! Ich geh schon! Komm raus! Lust raus, komm! Nicht umdrehen! Wo ist hier eigentlich die Überwachungskamera? Bitteschön! Ich will halt jetzt nicht von hinten erschossen werden! Okay, bin drin. Binde den größten Festwagen. Die Steuerung ist innen. Attack könnte ein einfaches Terminal sein. Alles klar. Wie läuft es bei dir? Gut. Ich geh zum Kontrolleraum. Ich sauge für ein wildes Drucker. Also gut. Ich bin soweit. Wenn du fertig bist, infiziere ich das System. Umzingle sie! Hier! Sind nicht mehr viele da zum Umzingeln, kann das sein? Ich muss kurz aufpassen, ob der von hinten kommt. Der da im Treppenhaus ist. Er geht wieder ins Treppenhaus. Der andere geht auch. Was? Ich weiß, dass du da bist. Ich spüre es. Was sieht mich hier? Gottverdamm ich! Gottverdamm ich hier nochmal! Gott. Was war das für ein Geräusch? Wir sind ja einfach um hier vorbeigerannt und ich mit ich war kurz im team, habt ihr es gesehen? Was ist das für ein Geräusch? Keine Speicherpunkte mehr. Heult ruhig rum, ihr macht euch alle! Was ist das für ein Geräusch? 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 Eine Drohne? Ein bisschen wie bei Watch Dogs. Ähm. Hallo, wo bist du? Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Feuer frei! Wieso hat der plötzlich wieder Loot? Den habe ich doch gerade gelootet, oder? Ach, die Waffe! Okay, jetzt aber weiter! Da oben ignorieren wir! Hier ist noch! Ähm, der da oben hat blaues Loot! Da kommen wir jetzt nicht rein! Hier ruft schon wieder jemand nach mir! Wir müssen wieder leise sein, okay, Chat? Leise! Wird gerne da drin gucken gehen, ob da Loot ist! Ist mir was dagegen? Ja, hat sich jetzt nicht so gelohnt! Das ist schon wieder Case. Jetzt kommen wir mal auf. Ich kann es euch mal auf. Die Waffe! Die Waffe! Ich kann es euch mal auf. Ich kann es euch mal auf! Ich kann es euch mal auf! Ich kann es euch mal auf! Dann bin ich mal auf! Der wollte angreifen. Ich habe das genau gesehen. Es war Notwehr. Hier ist doch noch irgendwo ein Kamerasymbol. Auf der Map. Okay. Okay. Feindkontakt, Feuer! Ich schieße nicht in Stücke! Nicht mit so einer Waffe. Das ist unfair. Alle sehen mich, aber ich sehe niemanden. Du machst es nur noch schlimmer für dich. Komm einfach raus! Komm du da! Komm schon raus! Ich tue dir nichts! Wieso leben die eigentlich alle noch? Weil ich immer nicht-tödliche Hexen nutze. Obwohl ich auf die drauf schieße, leben die trotzdem. Ich tue das Film. Okay. 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 Dauert aber ewig, bis die mich zurückverfolgt haben. Wurde entdeckt. Mhm. Oh. 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 Das hat funktioniert. Sehr gute Arbeit, B. War entspannt. Was jetzt? Jetzt ziehen wir uns in den Schatten zurück. Üben uns in Geduld. Ich melde mich vor der Parade bei dir. Bis dahin, halt dich bloß von Ärger fern. Nur als hätte ich nicht schon genug. Okay, und jetzt? Wie komme ich jetzt hier runter? Ich gehe da rüber runter. Okay, Chat. Jetzt müssen wir bei beiden Missionen warten, bis es weitergeht. Nun. Was macht man da jetzt? Autorennen? Oh. Was ist denn hier passiert? Ich weiß halt nicht, wenn wir jetzt Autorennen machen. Ob wir da jetzt auch Auto-Hacks vielleicht holen sollten. Gesundheit für Autos vielleicht nicht ganz schlecht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, Autorennen. Uhu. Uhu. So, was haben wir hier noch? So. Abrissbirne. Okay, wir haben noch einen Punkt, den wir hier jetzt vergeben können. Und wir haben zwei für hier. Stürmen. Stürmen. Müsste ich nur noch wissen, welche Taste für Ausweichen war. Aber das kriegen wir auch ohnehin. Wie im letzten Stream, den Boxkampf haben wir auch ohne Ausweichen hinbekommen. Gut, wir brauchen einen Schnellreisepunkt. Und hier hinter uns. Und anreisen wir... ...hier hin oder so. Zum Autorennen. Ne, ich spiele mit Maus und Tastatur, Nico. Wenn das kann ich... Oder wartet mal. Das ist bestimmt... ... Steuerung links. Steuerung links. Steuerung links. Hm, welchen Schnellreisepunkt nehmen wir? Oh, Takemura hat sich gemeldet. Jetzt nicht. Ich habe letztens, äh, einen Stream geschaut. Wo das DLC gespielt wurde. Und die Streamerin ist einfach an allem Loot vorbeigelaufen. Aber ich glaube, wenn du irgendwann soweit bist in dem Spiel, dann brauchst du auch keinen Loot mehr. Du hast dann wahrscheinlich alles, was du wolltest. Und da ist Loot dann auch egal. Aber ich konnte... Das tat mir in der Seele weh. Dass die an allem Loot vorbeigelaufen ist. Claire, kommst du? Ich bin schon da. Super. Ich auch gleich. Versprochen. Okay, cool. Bis gleich. Ah, Sekunde. Welches Auto willst du? Ein schnelles. Deins. Okay. Die Bestie schnurrt schon. Schon unterwegs. Bis dann. Mein Auto ist nicht so schnell. Ja, es fiel mir schwer, Julia, auf jeden Fall. Also... Hey. Ich habe ein Bündel auf dich gesetzt. Verlieren gibt es nicht, klar? Guck mal, Samson. Frisch Fleisch. Ist die Ärger, oder was? Ich kann nicht gegen sowas zu verlieren. Schnell mal. Die fliegt doch in der ersten Kurve raus. Was hältst du? Das ist unser Hotel. Das ist unser Auto. Also von Claire, meine ich. Hey, wie? Schön, dich zu sehen. Was hältst du davon? Das sage ich dir nach dem Rennen. Falls wir in einem Stück ankommen. Hey, wir gewinnen das Ding. Ja, doch. Ich werde auf die Tube drücken. Haben die Bullen kein Problem damit? Ein Ziehkopf sehen keine Probleme, wenn ihnen genug Eddies die Sicht versperren. Eddies lösen echt jedes Problem, hm? Müssen wir jetzt dafür bezahlen? Hm. Und wenn einer stirbt, hat das keine Folgen? Den Bullen ist es egal. Die stopfen nur Daten in ihre Unfallberichte und das war's. Eine Kugel im Kopf zählt also als Unfalltod? Auf manchen Straßen schon. Habt ihr das gehört? Eine Kugel im Kopf ist ein Unfalltod. Das müssen wir jetzt mal kurz festhalten. Eine Kugel im Kopf ist ein Unfalltod. Und so auch ein Dolch im Hals oder ein gestelltes Bein. Das sind alles Unfalltode. Irgendwelche Tipps vorm Start? Schön den Fuß auf dem Gas lassen. Mein Job ist es, die anderen zu bremsen. Unterm Strich gewinnt der Schnellste dieses Rennen, nicht der mit der dicksten Knarren. Schnell fahren, alles klar. Oh, nimm diesen Splitter. Wofür ist der? Er zeigt dir die Route. Ohne wärst du so gut wie blind. Wir müssen alle Checkpoints erwischen, sonst sind wir disqualifiziert. Wenn du noch chillen willst, mach das. Ich bin beim Auto. Wann geht's los? Auf dem Splitter ist alles drauf. Geht los, Chat. Ein bisschen aufgeregt. Du kommst nicht an einem Stück zu mir zurück, Schatz. Verstanden? Ich liebe dich! Letzte Wetten jetzt! Verpasst nicht eure Chance! Das erste Eliminierungsrennen. Alle bereit? Und wenn schon, rückt sie, ihr geht's jetzt nicht mehr. Schnellt euch an, betet zu euren Göttern und fresst Staub!